so chat was soll ich nehmen ich hab jetzt letztes mal mit dem panda und mit dem lamar gespielt hatte ich nicht irgendwie einen erfolg mit lamar hat gesehen normaler maler mal überlebt 30 minuten mit lamar stimmt 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 cochi du willst cochi sehen also wir haben als extra dings stage hier ein ja komm ich gehe mal in stage hier direkt instant rein auch für seid wir kommen mit dem cochi es gibt erstmal jugeo duel wir müssen jetzt mal kaiber besiegen so nicht neu gewählen ich muss die karten freischalten wir sind ein bisschen schnell so blitz ring jetzt ist immer gut ich war auf jeden fall leist die leitung blauäugier axt ich beschwöre die blauäugier axt und die blitze und die kommen schon siehst du wie damals als jeder beschworen wurde wir gehen wir mal mit dem weiteren links dann schmeiße ich die drei schurikens die mucke weit wieder mich aus dem leben jungen kreuze kann ich mal ein bisschen upgraden wenn sowieso noch mexen wenn ich das höre alter kriege ich wieder bock auf jojos adventure jungen noch nie bibel die rüstung ist für die links gut mehr geschossen wird's hoch wenn wir schon hier synergieren dann nehmen wir auf jeden fall die synergy mit ja alle geschosse wir nehmen jetzt alle geschosse arten mit müssen wir mal gucken ob wir knobel auch was heißt denn alle teile ne noch nicht das ist das da oder wir gehen für rüstung für lobeere also santos wasser warte mal warte wait 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 ich habe vergessen santos wasser broken ist haben dieses gebast oder 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 war bis es nicht so not ist das halt so p ist ich bin bereit war bei der ersten du hab grad die erste glaube ich durch mein sohn so schnell bin ich nicht ich weiß nicht fand es ist ein bisschen komisch weil der anfang von damen von links war einfach so ist mir wird sowohl ist es ja komm schlimm ist es nicht ich werde es aber noch nachschauen soll es nicht ich kenne die ganzen memes und so weiter ich wusste jetzt nicht dass es so ein meme dings wird da war es schon wieder ich muss auch echt sagen die erste staffel habe ich jetzt nicht so wirklich gepackt so aber ich habe gehört man muss halt weiter gucken man muss immer weiter gucken peitsche kommt wir nehmen peitsche mit weil wir brauchen auf jeden fall später lifestyle irgendwas gleich springt jojo raus alter ich höre dir meine jojo plus vampire ne muss er nur einen stuhl finden wo ich mich drauf setze aber so dass schon mal sensus war da wir versuchen auf jeden fall immer die kombos mitzunehmen die wir kriegen können aber ich habe doch hier irgendwo ein stuhl gesehen obwohl ich bin schon dämon heute so weiter sammeln wir alles ein machen wir erstmal level max mal die dings ab damit wir die schwerter kriegen weil mit dem schwert auf nein mit dem schwert der power spike wenn wir die sie durch waschen hier nach der erste bus geht es in groß hallo bus und der bus wird wie sie penetriert hier der verbann der verbann verbann du meinst bestimmt was hier oder das ist der verbann diese komische und das ist das pentagramm bei deinen fähigkeiten verbann leben ohne rüstung meile macht bauer bericht abnehmen mehr 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 fluch ach so verbann das sind die sachen wenn ich level abhabe und mehr sachen auswählen kann kann ich eine sache verbannen die dann nicht mehr in diesem run vorkommt also wenn du mir irgendwas auf den sack geht und die ganze zeit mir vorgeschlagen wird dann kann ich selber sagen jo oder man kann halt damit irgendwas skippen das ist ein guter skip dings grund wenn du irgendein item sucht ja immer nur ein also pro level und was zwei stück du hast zwei aufladung und du kannst halt dann sozusagen sagen job skipp ich noch die extra noch ein bisschen stärker also wenn es weitergeht werde ich nächsten run einfach jojos links adventure intro einfach hier ein remix rein machen weil es würde besser passen heutzutage war wie dieses schwarzer herz also ein papier und da ist er wieder weg gerade ein kurzer besuch wir machen kreuze und kreuz ist gleich max level wir haben glück wir haben kreuz also sollte gleich max level sein zack 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 da läuft hier man heißt der stab nice wir haben den stadt wir haben unser vorbild und pro reaktil modus junge alle außer die peitsche außer die peitsche ist alles ein projekt hier und wir haben unseren dings wir nehmen erst mal wir nehmen erst mal cool da ist man ganz expert ein weil man muss jetzt darunter zu rennen wenn ich einfach hier um die kiste herum springen einheiten noch dann sind wir viel bild es fehlt ein item was fehlt uns denn ach das herz wenn wir das herz kriegen ist gg dann ist der run safe dann ist der run safe oder kommt schon wieder die hydras die schrimps weil die später will auch sehen wie schrimps aber ich muss den boss man hier zu der kiste locken damit ich hier jetzt muss ich nur noch um max level und dann geht es ab hier wir sind full bild ist soll da gg wo der boss ist auch in sind gestorben war der boss er war so schnell weg können wir hier sind wasser abwählen immer schon erstmal die items abwählen item zeigen schon die waffen und danach die passiven oh yeah mr krabs das game läuft auf jeden fall wir kriegen einfach das was wir kriegen wollen weil hier max wir haben uns einfach unser ding aus gemächt let's go easy also ich denke mir das wird die sie dort dass das raschen wir einfach x6 santos wasser eck lecker lust langsam und die ganzen santos wasser ein heiliges wasser trinken ob ich hier bin mal ausprobieren ich stelle mir vor wie die flaschen schmeißen also flasche fliegt aber so eine flasche gegen kopf und dann explodiert sie dann von fix anzubrennen man fragt sich wieso mpn englisch für anfänger ich könnte glaube ich hier durch rennen mach nicht mehr mal der mensch blitzel mal schön dass man das was max höhere level hat immer schön schön wie ihr ponte eben die zeit einfrieren wir haben so viele items hatte so viel glück nicht aufgefallen dass er so viel glück hat es knattert wie sie die stage 4 ist im kasten haben wir die ist so safe junge so safe wir haben wir machen das samt das wasser war da weiß handlos wasser macht super viele mit super will damals egal wo egal wann auch in nicht abgegratet zur stufe ist macht das schon super viele mitsch gegner muss langsam mal fluch mitnehmen aber ist der boss nein was guck mal was 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 hat immer wir haben bei den anderen kisten und jetzt kann hier sterben hier kannst du sterben boss hier kannst du sterben aber knackig junge ja da ist was erklärt mir habe ich einfach weggeklärt junge so wir machen weiter mit handlos wasser handlos wasser muss handlos wasser muss max sein ich wette dass das hat jetzt das hat jetzt schon mich gekarriert kann ich irgendwo meinen sieben kommentierungshilfe beiden pickups kann ich da kann ich nicht kann ich nachgucken wie viel damage ich schon gemacht habe weil das wäre super lustig zu gucken wie viel damage ich schon gemacht habe rattern wir hier einmal durch hatte 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 weiter blitze weiter blitze also dieses tom dieses cool down sollte man immer als letztes nehmen und auch als letztes aus ab ausbauen weil du kriegst cooldowns auf alles das heißt wenn du die schon am anfang holt und upgrade ist kriegst du halt nur das ist nicht so dass du halt jetzt die cooldown sozusagen nachhinein kriegst sondern du kriegst die cooldowns nur jetzt auf die sachen wenn du sie upgrade ist das heißt sozusagen wenn du die thompson dieses buch was für dieses blaue item ist wie ich sagen was war das denn komische herrnsteuerung hatte ich hier blitze sind auch schon fast max blitze sind schon verhandelt schon auf max wir haben den schuricke im kreuz auf max ich hätte gern so ein blauen ob da ist einer das ist nicht aber es ist auch so lustig da waren die vampire born so kommen wird sie sind auch max aber wir können auch glück upgraden und mit dem glück glaube ich erhöht sich die wahrscheinlichkeit dass man halt start extra es war noch ein boss aber was hat einer was gesehen du hast du so wie es einen großen starken boss oder gegner oder sowas also ich habe nichts gesteckt oder unser geprüft also bitte hier der red portion wir sind der red boss auch zur seite glück und wir baller mal glück weil dann haben wir ja wahrscheinlich das schlimmste wieder da die schrimps die schrimps greifen denn wir haben kaum leben aber das problem ist halt wir haben dort mechanic ja mal von deutschmechanik wenn einfach zur seite deutschen rollen oder so ich höre diese schrimps der op ihr schrimps schrimpsen erst mal die axt erstmal die axt ich brauche so ein blauen ob kommt schon auch schon geben gibt mir einen blauen ob mit mir einen sinn zum leben gibt mir einen sinn zum leben ich brauche xp auf diesen blauen ob oder xp oder blauen ob und ist das gleiche die äxte sind auch schon fast max oder kommen die wieder von der seite die schrimps da kommen die schrimps von der seite noch ein schrimps loswandlos man so also full bild ist schon mal super da jetzt müssen wir nur noch die aus den kisten die richtigen items kriegen das ist keine random ist gibt ich werde ab 15 minuten glaube ich anfangen ist nein zu sammeln wir müssen langsam etwas upgraden wir machen kein damage wir machen langsam keine damage wir irgendwas schönes die weibs junge wo ich gerade pünktlich komme und der boss auch hier direkt ich denke so ja go let's go so go go schrub auf schrub 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 santos wasser dann durch und stirb hier hier ist hier ist die boss friedhof junge ja boss friedhof ist er tot ist und ich dachte er hängt ein bisschen länger aus so wir sind fast max also 15 minuten ist safe dass ich etwas nehmen muss weil gesagt ich muss langsam upgraden ich mache kein damage damage ist nicht im hause glück und ein glück mit wie gesagt ich brauche auch noch schlecht weil ich habe so viele orbs hier um zu flattern hätte gerne sie bei mir und nicht irgendwo random da ist ja da ist ja so nein leider nicht leider zeit beschränkung glaube ich wenn ich nicht mich irre wir nehmen wir nehmen immer mit das problem ist dass du halt irgendwie random item kriegst dann das ist halt toll so exe sind auch schon max war eine minute noch aber wie gesagt müssen auf jeden fall was nehmen ob wir sagen wir machen kaum damage die sterben nicht einfach sterben einfach nicht weiß die kunden noch da ist er blau oft nämlich so wir nehmen glück peitsche wir bauen lifestyle auch peitsche peitsche sehr schön sehr schön und 30 20 sekunden noch kommt wo wir schaffen wir das machbar halten wir uns mal hier den platz frei halten und uns den platz frei und auch ein blauer ob noch ein blauer ob let's go weit schon fast max ist so alter so einfach geht es es wird ein perfekter run das wird ein perfekter run was war das denn machine gun faller junge war schon wieder richtig ab max jetzt noch den stab wir fangen christian zusammen so müssen halt jetzt abreden das meine ich ich kriege reine alte ne 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 nicht mit mir schon wieder einfach wenn der meiter gekriegt war ich habe alles max was willst du mir nicht erzählen muss mir diesen kack stadt auf max bringt ansonsten sehe ich blau okay hier ist alles blau und rot und schrimps max proben wir jetzt mal aus gott sei dank junge ich dachte ich krieg schon wieder ein kack random item go 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 so jetzt haben wir die ersten jetzt kriegen wir den zweiten jetzt kriegen wir richtig das fein hier hat das fein upgrade summe hey the fuck is going on ich habe einfach geld gekriegt ich check das nicht ich ich sammle jetzt keine kisten bis ich alles auf max habe aber ja nur noch drei kisten als willst du meinen jahr zählen nur blau ob perfekt wie nehmen das mal wieder einfach einfach rennen geld gekriegt ich habe noch items offen jungen magst du mal das noch eine kiste nice auch eine kiste oder kann ich nur ein item upgraden oder was ist hier los ist das denn hier schießt mir behinderte der nächste boss auf die schrimps sind wieder da aber in blau sind aus dem anderen meer aus der milchfabrik immer so kommen sie haben ein bisschen wabe verloren oh my oh my goldrausch, 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 goldrausch ja ich habe ich nicht habe ich nicht mehr nicht leider sterben die noch nicht komischen kack schrimps geweck und ob wir jetzt glück haben geld 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 soll er und schon was ist das ich mag es jetzt einfach alles alles glück eine komischen kack was allen gewick dass ich hier ein bisschen links einsammeln und nächste boss aller ich bin schon beim fucking nächsten boss so wir machen erst mal das würde ich habe so viele sachen müssen schon hängen blieben ob diese kisten an ich habe alle kisten nur problem ist wenn ich sie nehme kriege ich keine items wieso sie so random ich habe jetzt ein item abgegradet gekriegt nur ein einziges der post du bleibst nicht mehr lange bei unter uns stirbt boss ich habe ihn besiegt auch ein boss auch so ein schrimp boss auch mal ja eigentlich langsam upgrades das ist nicht so schlimm wenn man die dings upgraded die thompson also dieses buch da kriegt man auf jeden fall schön dicken fetten sahnigen cooldown auf alles und da siehst du eigentlich hier alles nur rum fliegen die schule gehen sind alles andere fliegen einfach nur so raus ob wir sagen aber dieses geld sind auch nervig die sterben und noch mal zwei skelette und das ist ja eklig mal weiter das ist ja nicht legendary run oder nur ein legendary run dann ist der nächste boss der schritte schritte nato ist auch die schritte sind wieder am start ob das wollte ich nicht habe ich es jetzt nicht gesehen geht ab jetzt geht es ab jungen jetzt geht es ab da ist meine holy water the holy water das wahrscheinlich gar nichts mehr upgrade weil das holy water hat mich einfach jetzt karine look at this 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 i'm the damage now das geile ist wie gray noch weiter die scheiße ab allerdings mit cooldown die scheiße sport einfach noch schneller die geld oh je kommt 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 ich brauche noch ein abgibt es bitte 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 als upgrade nummer 3 dreh den nummer upgrade nummer 3 aber jetzt kann ich aufheben die kisten wird upgrade let's go er führt abgibt der vierte upgrade meine damen und herren jetzt geht's ab hier jetzt kann ich alles einsammeln und kann ich die kisten sammeln ja 1 1 2 upgrades fehlen noch kommt das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja upgrade jetzt wird uns nur noch ein upgrade vom home und jetzt kann man einfach lehrtasten auch noch eine legendäre hinterher das nenne ich doch mal was als co direkt drei items sei der pop aber sind komplett voll bild voll bild leben 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 und nichts gg guck dir sein schade jetzt will ich doch auf jeden Fall noch im chat dings haben oder epic epic will ich jetzt im chat sehen damit wir halten die epic ist dann noch kriegen und fern am Start schon mal der eine epic und schade 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 müssen alle schreiben epic mit präzentual berechnet so habe ich noch eine kiste ich habe ja keine kiste männer aber in dieser voll bild wir können eigentlich wieder jetzt wieder runter rennen darum müssen fragezeichen aber ich komme da nicht hin irgendwie ich komme einfach nicht dahin ok bei uns hier stecken sich hier die dings die äxte ob gesagt wir sind schon glaube ich fünf und sechs oder sichern und die realisieren sich einfach dass sie sich dem weg durch hier genau da wo ich runter renne ah nein jetzt verliere ich die jetzt muss ich wieder neues decken irgendwann kommt vielleicht noch ein boss vielleicht haben wir dann wieder glück und was hier so laufen und wo ist perfekt wir sollten eigentlich perfekt extra haben und dann perfekt damit machen und wir sagen wir haben schon ein zwei drei vier fünf fünf äckigste gesteckt guck dir mal guck dir mal guck dir mal hintergrund aller komische zahl allerdings buchstaben auf geht auch waren die schon vorher da mir gar nicht so aufgefallen sind gleich auf jeden fall bei dem grünen pfeil die sechs dann holy shit also wenn ich noch schneller wäre hätte ich noch mehr äxte gesteckt aber das wird roll also wir haben auf jeden fall alles mögliche dabei was was richtig geil ist oder das flächenschaden und wir haben einfach alles projektiert aus und durch die feitsche und wir haben schon die hühnchen chicken nuggets sind am start in teil fred chicken junger wird jemand hunger ich werde ja ich hätte jetzt voll bock auf den bürger oder so alter ja der mann wissen oh shit wie für den leben dann kurz mal stehen bleiben aber guck mal die kiste ach leute ist epic dann krieg ich eine epic chest das spiel merkt sich das weiß dass sie beobachtet wird und will er heilen ist ein bisschen und dann werden wir weiter runter hier ist ein gold raus wenn wir sowieso nicht schaffen irgendwie wenig gegner hier immer mal ein bisschen die menge ja schade wir sind schon beim grünen pfeil das so sortier sperrmati allowed you to speed up time in stage selection wait wait, 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 hold up just so fucking pressure wenn ich kann die schwindigkeit erhöhen immer auf die falle lustig die super lustigen nicht einfach versuche so viel möglich fallen hier auszulösen wie es geht ich hatte die scorn die scorn also egal was ihr macht ihr braucht auf jeden fall safe immer lifesteal item knoblauch oder ähm oder peitsche dann ist es eigentlich game immer gg weil ihr könnt meistens äh easy alles äh out tanken sag ich mal jetzt aber guck mal hier jetzt haben wir schön knoblauch äh nicht knoblauch äh chili gegessen und jetzt machen wir hier schön chili brr alle falle auslösen was passiert da habe ich schon ausgelöst nächste falle eine falle schade oder was guck mal hallo boss was das denn was ist das was macht es wieso macht es was jetzt what the fuck was passiert da gerade holy shit was ist mit dieser krabbel nicht richtig der lässt einfach seine komischen krabben wachsen was passiert hier jetzt schade 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 schokolade naja geld gibt es ein bisschen geld ja auch schon bei 4.000 also ich hätte gerne jetzt den gold wasch gehabt weiter 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 warte 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 ich muss jetzt gold rausfinden ich muss jetzt gold gold rasch gold rasche finden schade nur gold wo ist hier wo ist die nächste kerze mein nächster boss oben man kommt der mit schützt weg du mögeste weg gehen schade nur eine legendary nur eine legendary geld 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 ding das klipper zeug da ist zeit einfrieren nämlich mit ein bisschen durch schneller durch rennen braucht geld rasch am voll ist jetzt spät weil er jetzt nicht diese andere gegner habe da kann ja eigentlich stehen bleiben obwohl ich mal ein bisschen falle auslösen ist mal lustig mal lustig mal lustig mal lustig da wollen wir ein bisschen xp sammeln xp oder umstehen ab umstehen ist nicht da kommen schon wieder die schrimpst von der seite der nächste boss der nächste boss die haben so schnell die bosse die du wir gehen kann ich auch töten ich kann sie auch töten ach so und kommt schon leute epic einmal epic im chat aber auch epic im chat sonst wird das nix ich keine weg sehr schwarz für uns und sehe ich diesen run als misserfolgt ein run ohne epic chest ist ein misserfolg aber jetzt noch kurz später zu jesus gott dieses dodo gott und drücke mal beim nächsten mal weiß ob ich jetzt noch ein boss kommt noch eine kiste deswegen denke ich mir ist es ein guter run kein perfekter run guter run dann was habe ich gehabt gekriegt nämlich oh my oh my ich mache langsam kein damage ich muss ein bisschen stehen bleiben bei der weil das heilige wasser muss ja ein bisschen einwirken das muss ein bisschen einweichen die gegner weil dann macht das auch besonders viel damit dann steckt das so übereinander so und hast du irgendwann so eine riesen fütze die einfach damage macht auch wir haben noch ein boss geht doch aber der wird nicht lange im leben jetzt leute kommt schon noch ein versuch kommt schon survival empire gott hat uns noch der kiste geschenkt jetzt 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 muss draussen epic werden kommt schon ich habe 500 klack oder so kommt dann so gibst du mir nur eine legendary trip ist so aller und eigentlich nicht aber auch hier kann eigentlich perfekt stehen bleiben weil die sammeln ist die gegner ein bisschen obwohl eigentlich die fallen auslösen sind lustig da sind schon welche was kriegen wir irgendwie von der falle irgendwie war die falle irgendwie bist kaputt alle auslösen wieso löst du nicht aus auch mal eine minute haben wir noch wie komme ich eigentlich zu diesen dienst fragezeichen ich könnte noch mal dieses extra item noch mitnehmen für mimis mal auf das kisten ich habe noch kisten schnell wo die kisten extra item so seite man geht mal zur seite so weg alter weg 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 nice perfekt 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 hier ist die kiste kiste ein name noch eine haben wir noch vielleicht schaffen wir noch bist du der das ist nicht komm 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 zehn sekunden noch hat es da ich komme weil die weg steht dieser fernseite da ist der boss hat mich gewünscht fuck lauf 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 direkt vor mir alter holy shit holy shit ich hab mal neun sachen wieder freigeschaltet von sachen alle holy shit und gesandt lebora dieses komische kack wasser hat einfach 3,3 k damit pro sekunde aller so blöken wenn er jeden auf jeden fall richtig hart viel damit machen nehmt das wasser das wasser ist einfach brauchen einfach nur viel zu brauchen keine kommt dran an den ich habe zum beispiel die blitze habe ich von anfang mitgenommen und die blitze haben gerade mal ein bisschen mehr als also das wasser und danach am ende explodiert ist komplett da ist der hund der hund im ron kann auch noch machen Untertitelung. BR 2018